Lang ist es her. Will you bring craters with little cars, aber nun sind wir zurück. Der Monster Traktor. Mal gucken was in der Episode passiert. Das Wochenende was wir letztes Jahr hier verbracht haben war so stark. Ich kann es kaum erwarten all die Wälder und Berge zu erforschen, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Na toll, es ist einer der Episoden mit Amateursynchronsprecher. Fuck! Der Monster Traktor ist wieder da und er attackiert und terrorisiert alle Höfe der Stadt. Das ist ein altes Ammenmärchen. Ach du Scheiße, die Animation ist ja noch schlechter geworden. Guckt euch das Feuer an. Sie sieht eins zu eins aus wie Pixel aus einem alten Arcade-Spiel. What the fuck? Rauchte Opa hier Pfeife? Erst saufende Autos, dann rauchende Autos. Was als nächstes? Koksende Autos? Ich bin begeistert. Ich glaube wir müssen nicht auf die Sirene warten. Das ist der Grund warum man 3D und 2D Animation nicht häufig zusammen sieht, weil es wirkt irgendwie unnatürlich zusammen. Er isst einen Donald und es macht Apfelbeiß-Geräusche. Nein, tut mir leid, das ist mir zur Folge, ich bin raus. Lange nicht mehr sowas durchgeknalltes gesehen, aber um ehrlich zu sein, hat mir dieses Verrücktheitslevel auch gefehlt. Wie auch immer. Danke fürs Zusehen. Haltet den Mund und geht in Stellung. Jetzt zieht am Strick.